Die volle Genesung des Auges benötigt auch mit einer Relax-Smile-Behandlung einige Tage. Deshalb bitten wir Patienten, die unmittelbar nach der Operation noch keine klare Sicht haben, die Nachuntersuchungen abzuwarten. Sollten im Zuge der individuellen Nachuntersuchungstermine wieder erwartend Probleme festgestellt werden, werden sie von unseren Fachärzten selbstverständlich weiter behandelt, bis sie mit ihrem Sehvermögen zufrieden sind. Untertitelung des ZDF, 2020